Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen und freue mich, dass ich Ihnen die Britannienreisen vorstellen darf. Ich bin da sehr frankophil veranlagt und habe diese Reise jetzt schon dutzende Male gemacht. Es ist jedes Mal eine große Freude, an diese herrliche Küste zu kommen. Wunderbare Bildlandschaften stellen sich da. Hier sind wir an der rosaroten Granitküste. Wir kommen später noch mal dazu. Erstmal wollen wir hier einen Blick auf die Karte werfen, wie diese Reise abläuft. Wir fahren mit einem TGV schnellen Rad nach Paris. Daher bekommt man noch sogar ein bisschen was von Paris mit. Das ist ja auch immer ein ganz guter Beginn. Und wir fahren dann mit dem Heidegger Bus nach Dinard. Hier ist unser Standquartier. Das ist also der große Vorteil dieser Reise. Kein Hotelwechsel, sondern einmal in diesem wunderbaren Badeort. Mitten in der Stadt wohnen wir dann, aber trotzdem ruhig gelegen. Und von hier aus starten wir unsere Wanderungen. Dann einmal hier vor La Latte oder nach Cap Erqui. Das wird die erste Wanderung sein. Und dieses Eingangsbild, das wir gesehen haben, ist hier oben gewesen. Ja, hier sind wir schon bei der TGV-Fahrt. Er fährt also rund 320 Stundenkilometer. Das heißt also, man ist dann ganz schnell in Paris und da wird man noch eine kleine Stadtrundfahrt machen und sind dann in vier Stunden auch schon in der Bretagne. Das ist also der große Vorteil, wenn man diese Kombination macht. Hier sehen wir ein Bild mit Saint-Malo und Dinard. Hier in diesem Örtchen weilen wir. Also hier ungefähr befindet sich unser Hotel, sodass es ganz nah ist zum Hauptstrand oder hier haben wir noch einen Nebenstrand. Und das, was Sie hier sehen, ist dieses berühmte Gezeitenkraftwerk an der Rance. Das ist der Fluss, der hier in den Ärmelkanal zwischen Dinard und Saint-Malo herausgeht. Weltweit einmalig. Also dieses Flusskraftwerk. Die haben also einen Tidenhub, also die Gezeiten von ungefähr, also neun bis zehn Meter. Und das ist auch ein sehr schönes Naturschauspiel, wenn man das so erlebt. Also wenn man dann nach dem Abendessen runtergeht zum Strand und dann, up, Meer ist weg. Also der Strand ewig lang. Dann geht man morgens nach dem Frühstück runter. Dann sind es nur wenige Zentimeter, weil das Wasser, also die Flut, also praktisch bis kurz vor dem Ort steht. Wir werden dann auch eine wunderschöne Wanderung durch Dinard machen. Die Engländer haben das ja entdeckt und deshalb ist das auch hier so dieser eigenartige Baustil, also den wir hier antreffen können. So im 18. Jahrhundert sind da die ersten gekommen. Dinard gilt ja als Nizza des Nordens. Dann ja, Sie sehen, also auch Badefreunden kann man sich hingeben und die Wanderungen. Eine nach der anderen eine wahre Perle. Das ist jetzt ein Bild, das ich auf der Wanderung Richtung Erqui gemacht habe. Also es blüht auch sehr schön und dann hat man also schöne Aussicht aufs Meer raus. Und hier kommt man immer wieder an schönen Stränden vorbei. Da mag man also wirklich die Badehose auspacken. Dann gerade im September oder so ist das natürlich eine schöne Sache. Dann haben wir auch Gelegenheit, also bei einer Wanderung das zu machen. Dann hatten wir schon mehrfach gehabt. Und hier sieht man die Befestigung vom Hafen von Erqui. Erqui ist ja berühmt durch die Jakobsmuschelzucht. Oder man kann sie nicht züchten, aber dort werden sie gefangen. Und das ist ja eine Spezialität und die Jakobuspilger haben das ja so als Erkennungszeichen. Hier sind wir am Cap Frihel, eine ganz bekannte Leuchtturmanlage. Dieser Turm ist von Vauban und der ist also später dazu gebaut worden. Von da vorne hat man also eine wunderbare Aussicht auf die Küste und auf diese spektakuläre Steilküste. Das ist jetzt also eine Burg vor Lalat, das zur Absicherung von St. Malouda gebaut worden ist. Und praktisch am Nachmittag des Tages werden wir dann zu dieser Burg wandern. Ganz gemütliche Wanderungen sind das, also in einem gemäßigten Tempo, nicht zu viel hoch, nicht zu viel runter, also so richtig was zum Genießen. Besonders zum Genießen natürlich an der rosaroten Granitküste mit diesen wunderbaren Felsformationen. Da gibt es ja so Dutzende, Abertausende. Das ist eine Laune der Natur. Da ist Lava also im Por geströmt vor sechs Millionen Jahren und auseinandergebrochen. Und Feldspat ist also eingeschlossen, deshalb strahlt es so schön rot. Und da kann man also seine Fantasie so richtig laufen lassen. Dann ja manche entdecken Delfine und Bären und Hut Napoleon soll sogar oder wird gesichtet. Wir werden also mit dem Bus direkt dran vorbeifahren. Dann ja ein Teufelschloss und alle möglichen so schönen Formationen. Hier vorne haben wir die Set-Ill, die wir dann also von dieser Wanderung schön sehen können. Das ist der sogenannte Zöllnerweg, den wir hier an der rosaroten Granitküste beschreiben werden. Also da kann man sich gar nicht satt sehen. Also jede Windung ist wieder was anderes Spektakuläres und immer wieder so schöne Einschnitte. Hier kann man auch also Vogelkopf sehen oder wie auch immer die Fantasie dann da spielen lässt. Hier haben wir jetzt einen Blick auf das Schloss Costa Air. Also das hat sich ein polnischer Industrieller bauen lassen dann ja, der also sehr geliebt hat. Also literarische Zirkel also durchzuführen. Also es heißt also Paul Zinkiewicz hätte da also sein Roman Quo Vadis geschrieben dann ja. Heutzutage gehört also dieses Schloss einem Dessauer. Kennen Sie alle also Dieter Halleforden. Also der ist der Besitzer. Vielleicht schaffen wir es also, dass wir uns bei ihm zum Tee verabreden dann ja. Also wenn Ebbe ist, kann man rüber laufen dann ja. Man muss allerdings den Weg also kennen. Das ist auch also ein Highlight dann. Hier auch nochmal ein Blick also von der rosaroten Granitküste. Und das ist jetzt also schon auf der Wanderung also rüber nach Concal. Auch eine schöne Buchtenwanderung. Das hat man hat Blick rüber auf die Bucht von Saint Michel. Bei gutem Wetter sieht man den immer. Und manchmal also so im Nebel. Das ist dann besonders mystisch. Und hier sind wir dann auch schon in diesem Austern-Hauptort. Also die Petrenia ist ja sehr bekannt für die Austern-Zucht, insbesondere Concal. Aufgrund der großen Tidenunterschiede mögen die Austern das besonders gut. Also die leben ja von den Stellen, die gewechselt, die können sich nicht bewegen, sondern die warten also bis die Nahrung da angeschwemmt wird. Also jede Auster filtert pro Tag 2000 Liter Wasser und da holen die ihre Nahrung dann raus. Und das Interessante ist hier vorne, da gibt es dann also direkt die Austern-Frauen, also die verkaufen also die Austern, also der Austern-Fischer direkt am Käfer von Concal. Und das ist so frisch, kriegen sie nirgendwo Austern dann. Die werden also frisch geerntet. Und dann kann man da also ein Stück Baguette und ein bisschen Wein dazu. Und dann ist das also ein schönes Mittagessen. Also da kommen viele Franzosen auch her, die Bretonen dann her, um da besonders also bei Sonnenwetter dieses Ambiente zu genießen. Es ist so ein zweiteiliger Ort. Unten ist also das Fischerviertel und oben das Bürgerviertel. Also sehr schöne Anlage. Hier sieht man praktisch also die verschiedenen Austern. Die werden also nach Größe klassifiziert und dann gibt es also verschiedene Arten. Also die weit verbreiteste ist die europäische Felsenauster. Also sehr lecker. Also das sollten Sie zumindest mal probiert haben. Also wenn Sie noch nie eine Auster gegessen haben, das ist natürlich also da eine sehr gute Gelegenheit. Und am nächsten Tag werden wir eine kleine Schiffsfahrt unternehmen. Wir wohnen ja so in Dinard und wir fahren dann mit dem Schiff rüber nach Saint-Malo. Das ist ja Weltkulturerbe, also eine Stadtmauer, die sich rings um die Wildklost zieht. Mit immer wieder Stränden, größer, kleiner. Da gibt es also diverse Inseln davor. Hier hinten ist also die Hauptbucht und ist also bekannt für dieses historische Ensemble. Hier sehen wir also das Schloss der Herzöge von Saint-Malo. Die Leute in Saint-Malo, also die sind also besonders stolz, dass sie von dort kommen. Die sagen also, ich bin weder Franzose noch Breton, sondern ich bin also ein Malouaner. Also ich komme aus Saint-Malo und die haben auch eine reiche Geschichte als Seefahrer. Insbesondere das waren also sogenannte Korsaren. Die haben also einen Lettre de Cours vom König bekommen. Also wenn dessen Schatulle leer war, dann hat er gesagt zu seinen Leuten in Saint-Malo, ich brauche wieder Geld und hier habt ihr einen Brief und ihr dürft alle Schiffe dann überfallen. Und einen Großteil dürft ihr behalten, den Rest kriege ich als König dann. Und das war natürlich also eine ganz gute Geschichte für die Leute in Saint-Malo und sind da zu Reichtum gekommen. Und das merkt man heutzutage auch in der Stadtarchitektur. Für diejenigen, die dann noch wanderlustig sind am Nachmittag, dann ist es nicht offiziell im Programm drin, aber ich biete es immer an, dass wir eine Wanderung zum Gezeitenkraftwerk bei Saint-Malo machen. Das wir ja eingangs gesehen haben. Das ist eine schöne Wanderung. Hier sieht man so eine Brücke und unser Hotel befindet sich praktisch hier. Hier ist jetzt ablaufendes Wasser. Da sieht man, das Wasser zieht sich zurück. Da kann man also die Abkürzung nehmen. Man muss immer den Gezeitenplan natürlich im Auge haben. Sonst müsste man vielleicht eine runde Schwimme. Das wollen wir ja dann nicht. Nach der Wanderung bei Concal wird man nachmittags dann Saint-Michel besuchen. Es ist zwar nicht mehr in der Bretagne, aber es ist ja gleich nebenan. Und das ist ein Muss. Es ist ja Weltkulturerbe. Die Insel ist rund sechs Hektar groß und besteht hauptsächlich natürlich aus Kloster, aber auch einer Ortschaft. Und das ist eine Wucht. Also das darf man sich nicht entgehen lassen. Von da oben, da ist die Terrasse, hat man wunderschöne Sicht auf die Bucht. Da haben Sie ja jetzt große Rekultivierungsmaßnahmen ergriffen, sodass die Bucht drohte zu versanden. Und jetzt wollen Sie es so machen, dass Monsa Michel wieder frei von der Flut umspült werden kann. Hier sieht man praktisch diese Sandbänge. Die haben sich mit der Zeit so angesammelt und die Gefahr drohte, dass das von Land eingenommen wird. Sie sehen hier sehr schöne Aussichten, aber auch Einsichten. Und hier sehen wir also den Kreuzgang von St. Michel. Auf der Rückfahrt dieser Reise werden wir in diesem wunderschönen Fachwerkstättchen noch Pause machen, dann schönen Ortsrundgang machen. Dinant liegt direkt an der Rance. Also hier sind wir Bötchen. Also die haben auch von dem Reichtum der Leute in Saint-Malo profitiert. Die Kirche Saint-Sauveur in Dinant und viele schöne Fachwerkhäuser. Hier sind wir jetzt schon in Nevers. Hier werden wir also eine Zwischenübernachtung in Troyes. Was sage ich? In Troyes. In der Champagne. Die Stadt hat also, die Altstadt, wenn man drauf schaut, in Form Champagnerkorkens. Also das ist schon das Programm für diese Stadt. Sehr liebevoll. Wir wohnen also mitten im Zentrum. Sehr viele historische Fachwerkhäuser gibt es hier in Troyes auf der Rückreise. Das wird unser Quartier sein, die Kathedrale mit diesen wunderbaren Glasgemähten. Offenheim-Geräusche Untertitelung des ZDF, 2020